Es ist Mittwoch, der 25. Oktober und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es unter anderem News zu einem möglichen Bitcoin-Kurs von 135.000 US-Dollar und Infos über Kaffee-NFTs bei Walmart. Ihr fahrt von einer Schwachstelle im Bitcoin-Lightning-Netzwerk und wie die Vereinigten Arabischen Emirate eine bürokratische Blockchain einrichten. Und neben unserem täglichen Blick auf den Krypto-Chart und den Flop-Preisen auf OpenSea schauen wir auf Millionen für Web3-Sicherheit, das Spektakel Burning Island und den Bitcoin-Spot-ETF von BlackRock, der möglicherweise kurz vor der Veröffentlichung steht. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Damit hallo und herzlich willkommen zur allerneuesten Folge von All-In-NFT. Mein Name ist Sebastian Michels und willkommen zurück zu diesem täglichen digitalen Kaffee zur Halbzeit, wie ich so gerne sage. Und damit eigentlich zu unserer leichten Erholungsphase, die wir sonst immer Mitte der Woche haben, unseren Fokus für das Ende der Woche. Aber nachdem wir gestern, und da kommen wir gleich zu, bei Bitcoin, Ethereum und Co. eine erneute Rallye auf bis zu 35.000 US-Dollar beziehungsweise 32.000 Euro gesehen haben, ist keine Zeit fürs Durchschnaufen, sondern ich würde sagen, wir verlieren heute keine Zeit, kommen am Ende noch zu wirklich wichtigen News, die ich euch mitgebe. Jetzt starten wir erstmal mit unseren heutigen Web3-Kurznews. Robert Kiyosaki, Autor des Finanzbestseller Rich Dad Poor Dad, hat kürzlich seine Einschätzung zum Krypto- und Goldmarkt geteilt. Hinsichtlich des Goldmarks prognostiziert Kiyosaki, dass Investoren, die Gold unter 2.000 US-Dollar gekauft haben, bald belohnt werden. Er sieht eine bevorstehende Gold-Rallye, die den Preis auf über 2.100 US-Dollar steigen lässt. Aber auch im Kryptomarkt ist Kiyosaki optimistisch. Aktuell notiert Bitcoin bei ca. 35.000 US-Dollar und er glaubt, dass die nächste wichtige Preisbewegung den Kurs auf 135.000 US-Dollar anheben wird. Kiyosaki, der als erfahrener Investor und Bestseller-Autor gilt, vertraut auf seine Analysen der Marktdynamik. Das Bitcoin-Lightning-Netzwerk, das blitzschnelle BTC-Transaktionen ermöglichen soll, ist von einer möglichen Schwachstelle betroffen. Antron Ria, der Bitcoin-Entwickler, veröffentlichte am 16. Oktober einen Bericht über sogenannte Replacement Cycling Attacks. Diese Schwachstellen störte den normalen Transaktionsfluss und führte in einigen Fällen zu Verzögerungen, die theoretisch zu einem Verlust von Gelder führen könnten. Als Reaktion auf diesen Bericht kündigte Ria seinen Rückzug aus dem Lightning-Projekt an, sowohl aus der Entwicklung des Netzwerkes als auch aus der Koordinierung von Sicherheitsfragen auf Protokoll-Ebene. Diese Schwachstelle stellt eine potenzielle Gefahr für die Sicherheit von im Netzwerk übertragenen BTC dar und hat zu einer Änderung in der Entwicklungslandschaft des Lightning-Netzwerks geführt. Block8, ein Web3-Sicherheitsunternehmen, hat erfolgreich eine Finanzierungsrunde in Höhe von 33 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Die Investorenliste umfasst führende globale Akteure wie Ryanfond und Sequoia. Obwohl das Unternehmen noch recht jung ist und erst vor einem Jahr gegründet wurde, hat es bereits beachtliche Fortschritte im Bereich Web3-Sicherheit erzielt. Block8 arbeitet im Verborgenen, hat jedoch bedeutende Partnerschaften mit großen Playern im Web3-Sektor wie Metamast, OpenSea, Sirion und anderen geschlossen. Die Hauptmission besteht darin, Millionen von Web3-Nutzern vor Betrug, Pishing-Attacken und Hacks in einer Umgebung zu schützen. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben eindrucksvolle Zahlen vorzuweisen, darunter die Überprüfung von mehr als 450 Millionen Transaktionen, die Abwehr von 1,2 Millionen schädlichen Angriffen und den Schutz von Nutzergeldern im Wert von 500 Millionen US-Dollar sowie insgesamt 7 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten. BlackRock wartet noch auf die offizielle Genehmigung der SEC für den Bitcoin-Spot-ETF, doch interessanterweise ist der ETF bereits auf der Seite der Dispority Trust & Clearing Corporation gelistet, die unter anderem den Handel für den Nasdaq abwickelt. Wenn man dort das Handelskürzel IBTC eingibt, erscheint der ETF mit dem Namen iShares Bitcoin und einer dazugehörigen Beschreibung. Dies wird von Marktexperten als Teil des Prozesses zur Einführung eines ETFs interpretiert. BlackRock ist eines der Unternehmen, das hart daran arbeitet, einen Bitcoin-Spot-ETF auf den Markt zu bringen, was für viele Investoren einen einfachen Zugang zum Kryptomarkt bedeuten könnte. Grayscale hat zu Beginn des Monats seinen Antrag auf Umwandlungen seines Ethereum Trust in einem Spot-ETF bei der US-Börsenaufsicht SEC angereicht. Laut einem Dokument hat die SEC den Erhalt des Antrags bestätigt, was von Marktbeobachtern ebenfalls berichtet wurde. Der Ethereum Trust von Grayscale verwaltet derzeit fast 5 Milliarden US-Dollar, was etwa 2,5% des gesamten im Umlauf befindlichen Ethereum ausmacht. Allerdings steht die Genehmigung der SEC noch aus. Grayscale plant auch, seinen Bitcoin Trust in einem ETF zu wandeln und laut Reuters scheint die SEC dem nicht mehr im Weg zu stehen. Damit sind wir mit den ersten Web3 News für heute durch. Damit wechseln wir natürlich jetzt zu CoinMarketCap. Und zu diesen Tagen macht besonders dieser Abendblick viel Spaß. Damit ab zu CoinMarketCap. Und damit werfen wir einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Ein Blick auf den Krypto-Chart. Hat im Laufe des Tages etwas mehr Spaß gemacht als jetzt zum Abend, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz steht in den letzten 24 Stunden zum Zeitpunkt der Aufnahme am späten Abend ein Plus von noch 8% beim Bitcoin. Aber ich muss sagen, wir waren ja auch teilweise schon bei einem zweistelligen Plus über den Tagesverlauf und damit über 32.000 Euro. Aktuell notiert der Bitcoin bei 31.700 Euro. Bei Ethereum sah das Ganze über den Tagesverlauf auch noch besser aus. Auch wenn wir noch, und damit sage ich noch, ein Plus von 4,5% haben, der Kurs wieder unter 1.700 Euro gefallen. Und damit rede ich davon, dass wir fast im Laufe des Tages auf die 1.800 Euro Marker gekommen sind. Ethereum mittlerweile aber doch wieder um die 100 Euro verloren. Von 1.670 Euro zum Zeitpunkt der Aufnahme und damit doch noch ein Plus von 4% über den Tagesverlauf. Aber auch hier waren wir fast schon zweistellig. Schauen wir auf andere Kurse. Solana im Gegensatz zu den letzten Tagen auch etwas weniger im Trend. 2% im Plus. Allem voran der Chainlink-Token. Der hat gestern sogar minus 4% verloren, während andere Kryptokurse eine leichte positive Performance hatten. Aber wir haben wirklich eine sehr, sehr, sehr starke Rallye am frühen Morgenvormittag und Mittag deutscher Zeit gesehen. Zum Abend hin einen leichten ersten Dämpfer. Aber ich glaube, im Gegensatz zu den letzten Wochen und Monaten können wir uns hier vor allem nicht beschweren, wenn wir uns dann auch noch den Injectives-Token anschauen, der weiter trendet. Gestern erneut plus 14%. Also der nimmt die Welle komplett mit. Damit plus 50%. In den letzten sieben Tagen der Kurs mittlerweile war 11 Euro. Und die Marktkapitalisierung nähert sich auch der 1 Milliarde. Aktuell 938 Millionen Euro. Damit sind wir mit dem Blick auf den Kryptochart soweit durch. Heute kommen natürlich nochmal wichtige Termine, wie die Rede von Jerome Powell oder Christine Lagarde. Ob das Auswirkungen auf den Kryptochart hatte, da morgen nochmal mehr zu. Jetzt würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Kategorie und damit wechseln wir zu unseren heutigen NFT-News. WeFriends hat die Einführung von Eruption 11 bekannt gegeben. Eine Veranstaltung speziell für Innober von WeFriends-NFTs der Serie 2. Diese Veranstaltung, die eine Verschmelzung von physischer und digitaler Realität verspricht, läuft bis zum 30. Oktober. Zusätzlich erhalten Besitzer von nicht so seltenen Token der Serie 2, die Superstickers 2023 10. Diese Supersticker sind mit einem auffälligen prismatischen gelben Hintergrund und einem Hologramm-Rahmen ausgestattet. Die Integration von physischer und digitaler Realität steht im Mittelpunkt dieses Updates, was mittlerweile ein herausragendes Merkmal des WeFriends-Ökosystems darstellt. Nicht zuletzt ist zu erwähnen, dass auf dem Markt für physische Supersticker ein reges Interesse besteht. Unversiegerte Schachteln mit Pins und Superstickern werden auf dem Sekundärmarkt teilweise für Preise von mehr als 400 US-Dollar gehandelt. Async Art hat bekannt gegeben, dass es seinen Betrieb einstellen wird. Bis Ende 2023 wird die Marktplattform keine weiteren Käufe unterstützen, hat aber vor, einen einfachen Viewer für dynamische Async-NFTs in naher Zukunft einzuführen. Die Plattform wurde vor allem durch ihre Zusammenarbeit mit der X-Copy-Gifters-Kollektion bekannt. Trotz dieser Entscheidung zeigt sich Async Art optimistisch, dass die Dynamik der Web3-Gemeinschaft die Bewegung am Leben erhalten wird. Die Schließung von Async Art reflektiert aus den aktuellen Herausforderungen und der rasanten Entwicklung im Bereich der NFTs und der digitalen Kunst. Obwohl Async Art seinen Betrieb einstellt, bleibt man bei dem Unternehmen in der Hoffnung, dass die Leidenschaft und Schöpfungskraft der Web3-Community diese kreative Bewegung weiterhin vorantreiben wird. Sheikh Saud Bin Sultan Al-Khazami, Direktor des Shark Digital Office, präsentierte die Scharai-NFT-Initiative, die bei der Expo Gitex Global 2023 im Regierungspavillon der Vereinigten Arabischen Emirate vorgestellt wurde. Diese neue Initiative nutzt NFT-Technologie, um verifizierte digitale Zertifikate mithilfe von sogenannten Soulboard-Tokens auszugeben und Dokumente sicher in der Blockchain zu speichern. Die Scharai-NFT-Plattform ermöglicht es, staatlichen Stellen, Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Veranstaltern authentifizierte Zertifikate als nicht manipulierbare Codes auszustellen, die digital gespeichert werden. Dies soll eine zuverlässige und sichere Alternative zu herkömmlichen Papierzertifikaten bieten. Sheikh Saud betonte dabei, dass diese Initiative die Strategie des Sharkai Digital Office zur Förderung der digitalen Transformation im Emirat unterstützt, insbesondere im Hinblick auf Fortschritte im Bereich des intelligenten Lebens. Die Plattform markiert somit den Übergang von traditionellen Zertifikaten zu sicheren und effizienteren digitalen Zertifikaten, die leicht ausgestellt werden können und ein hohes Maß an Verlässigkeit und Sicherheit bieten. Das Web3-Unternehmen MetaVesco hat kürzlich eine Neuigkeit verkündet, und zwar, dass Boring Brew eine Marke, die bekannt ist für außergewöhnliche Kaffeespezialität mit NFT-Grafiken, nun auf Walmart.com erhältlich ist. Die Marke Boring Brew, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von MetaVesco, zeichnet sich durch ihre Engagement für Handwerkskunst und Exzellenz aus. Die hauseigenen Kaffeetüten zieren Kunstwerke inspiriert von NFT-Projekten wie dem Board-App Yacht Club und den CryptoPunks. Die Präsenz auf Walmart.com Marketplace markiert also einen bedeutenden Meilenstein für Boring Brew. Ryan Shardle, der Präsident und CEO von MetaVesco, zeigt sich begeistert über diese Entwicklung. Er betonte, dass die Erweiterung ihrer E-Commerce-Präsenz und die Einführung ihrer S-klassigen Spezialkaffees auf Walmart.com es ihnen ermöglicht, eine neue Verbrauchergruppe zu erreichen. Damit sind wir mit den NFT-News soweit durch, kommen zur nächsten Kategorie und damit wechseln wir natürlich auch nochmal zu OpenSea und dort werfen wir einen Blick auf die aktuellen NFT-Floorpreise. Ein Blick auf den NFT-Floorpreis-Chart auf OpenSea zeigt uns, dass die NFT-Projekte eigentlich Dabe haben vom Floorpreis, wo sie auch vorher waren, trotz steigendem Feeroom-Preis. Also heißt das eigentlich, dass die NFT-Projekte in den letzten 24 Stunden doch etwas gestiegen sind. Die Board-Apes weiterhin bei 27 ETH, Mutants bei 5,2 ETH, während die Pachi-Penguins auch bei 5,25 ETH beharren. Wir haben allerdings gestern ein deutlich geringeres Handelsrum gesehen. Wenn wir uns daran erinnern, dass wir diese Woche schon bei ca. 3.000 ETH innerhalb von 24 Stunden bei den Board-Apes waren, waren es gestern tatsächlich nur 986 ETH und auch die Mutant-Apes mit 975 ähnlich gerankt wie die Board-Apes. Bei Clone-Apes 1,40, also hier scheint ein kleiner Trend zu sein. Die sind auf jeden Fall etwas zurückgekommen, was den Floorpreis angeht. Dort waren wir ja auch Anfang und Ende letzter Woche noch bei 1 ETH bzw. 1,1. Auch die Captains kommen mit dem Meme-Land-Farming etwas besser klar. 4,39, nachdem wir auch hier auf die 3 ETH-Marke zugegangen sind. Auch die Doodles und die Milady Makers haben sich etwas erholt. Milady Makers tatsächlich wieder über die 2 ETH-Marke gekommen. 2,25 und die Doodles bei 1,55. Der Velocity Series Pass, da bin ich gestern bei den Express-News nochmal drauf eingegangen. Heute findet ja der Freeclaim bzw. die Aktion mit dem Artblocks-Gründer Eric Snowfall statt. Hier habe ich ja in den letzten Wochen deutlich drauf aufmerksam gemacht. Der hat ja teilweise einen Kurs von 2 ETH gehabt und gestern wurde auch veröffentlicht, dass der nächste Künstler Jack Butcher ist. The Potatoes 1,44 aktuell gerankt, während die Azuki Elemental Beans bei 0,66 beharren. Sugar Towns unverändert bei 0,23 und Mochaverse 0,70. Die Nakamigos etwas zurückgekommen, 0,20 und damit blicken wir abschließend auf Platz 99, 100. Dort finden wir Material Genesis 0,23. Auch da gibt es Neuerungen. Gestern in den Express-News drauf eingegangen und auf Platz 100 finden wir Michela Free Explorer Club. Auch hier das Reveal diese Woche 0,11 Ethereum, der aktuelle Floor. Damit sind wir mit der heutigen Folge so weit durch und natürlich möchte ich darauf aufmerksam machen. Gestern kam die Express-News live und kostenlos auf Twitch. Die sind jetzt auf Abruf erhältlich für die Barista-Bande. Dazu einige News geht circa eine halbe Stunde und in Zukunft die sind natürlich auch wie immer auf Abruf und kostenlos Dienstags und Donnerstags auf Twitch. Dann heute Abend 20 Uhr wie jeden Mittwoch der All-In-NFT-Discord-Call. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, schaut heute Abend gerne vorbei. Dort werde auch besonders ich heute einige relevante Ankündigungen machen, die auch in Zukunft diesen Podcast betreffen. Mehr dazu dann im Laufe der Woche, aber heute Abend die ersten Ankündigungen dazu. Dementsprechend wünsche ich euch einen schönen Start in dieser Halbzeit, einen schönen Crypto Bullrun. Und dementsprechend hören wir uns dann auch spätestens heute Abend, wenn nicht morgen mit diesem Format. In dem Sinne, macht es gut, macht euch einen schönen Tag. Wir hören uns morgen wieder, wenn es heißt All-In-NFT. Ein abschließender Hinweis, die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.